Ja, ich fall runter ist okay. Ich hab den Michael Jackson Step gemacht. Hätte doch gefehlt, dass du so noch hohe Stimme und auch noch den Move machst. Ja, das ist Michael Jackson. Du bist Michael Jackson. Nein. Nein. Ich darf so aufklatschen, hör. Oh nee, Alter, ist doch nicht normal. Ich warte übrigens auch bis du ganz oben bist, damit wir die Strom anmachen, ne? Ja, ja, okay. Äh, Junge? Junge? Wow. War das? Mach mal an. Hä? Mach mal an. Wie anmachen? Strom anmachen! Ähm, das kann ich hier oben nicht. Was? Tatsächlich, ja. Mach mal den Strom an. Kann ich hier oben nicht. Was machst du denn da oben? Ähm, ich kann hier wie bei Assassin's Creed. Oh, hier ist ne Flagge. Oh, da hat der Fresse uns schon gelohnt. Jungen, das ist nicht lustig, der geht da. Haha. Hier ist ne Flagge. Ja, halt die Fresse. Du musst erst mal da hochkommen, ohne zu sterben. Ja. Ja. Oh Gott. Auch diese ruckartige Ich-muss-scheißen-Bewegung, ne? Diese komplett behinderte Bewegung, die der so macht, ja. Ich warte auf dich. Äh, ja. Deine... Mutter. Ah, ja. Hallo, Ebims. Der Höhenängstler. Wo ist ne Flagge? Da wo ich stehe. Da hin. Ja, geh da mal weg, ey. Oh. Hier wackelt alles. Hier wackelt sowas von alles. Haha. Boah, wie schön Angst, Alter. Ja, jetzt müssen wir hier runterspringen. Guck, mach's mir nach. Boah, dein Leben. Nackt überlebt oder auch nicht. Warte, ich komm runter. Ja, das wär geil. Schönes Ding, ey. Oh Gott. Ja, da ist der Kollege noch. Ja, der brennt und glitzt. Wow. So, ich hab das nächste Ding markiert. Auf, auf. Ah, warte mal. Oh nein. Haha, wie ich sowas liebe, ey. Ach, nö. Was genau? Boah, das ist jetzt aber ein krasser Umweg, Alter. Ist mir egal. Oh. Ja. Dass dir das egal ist, glaube ich, Alter. Du liegst ja da schon. Hatze, ey. Was ist da vorne? Vielleicht, ey. Wir sind Pudding-Teilchen einfach da irgendwo hin, ey. Hat er grad bei dir geklingelt? Alles? Ah, hat sich so angehört. Warte, ich guck schnell. Ja. Ja, du hast die beste Position. Oh. Das kann nicht wahr sein. Ich guck. Ich guck mich. Warte aus. Ich guck mich. Warte aus. Warte aus. Waho. Also, das ist eine Warte aus. Eine Warte aus. Ich guck mich. Ja, ja, so ist das. Ach, hier ist er aber wieder. Wow. So, was gibt es denn für vernünftige Klamotten? Ja, es hat geklingelt, es war René, er wollte mir sagen, dass er fertig ist und ich habe mal ganz kurz gesnifft. Äh, ich gucke mir das gleich nochmal persönlich an. Oh ja. Warte, bin ich in das Lager hier gegangen oder sind wir hier gespawnt, weil wir beide gestorben sind, zwischenzeitlich? Haha. Ja. Ja? Ja. Wow, was für ein Outfit. Hallo, hallo Kanada, man, ey. Kanada. Ja. Ich muss da ganz spontan tun, an, 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 heu mit dem Auto denken. Voll geil. Jaaaaaaah. Ja, auf zu deinem, ach so, komplett falsche Richtung. Ja, das war natürlich Absicht. Absolut. Oh, Junge. E-Bims, Highwayman. Oh, das ist ein geiler Film auf Netflix, kann ich eben finden, tatsächlich. Ja, schon gesehen, das ist gut. Mit zwei meiner Lieblingsschauspieler. Ähm, äh, der, der, Trunkenbold, der ist auch einer meiner Schauspieler, ich vergesse, was Städtischpieler heißt. Wood Henson, wartet der? Das kann sein, ja. Ja, der spielt bei so vielen Filmen mit. Der habt ihr Zombies, sterbt. Ah, hast du schon gesaved? Ja. Ja, Manager-Lady. Haha. So, ein Marks und nächstes Spot. Hey, das nächste ist ein KM-Panis, du musst da reingehen. Lass mich kurz ein ganz kurzes Zitat aus der Bibel ausdrücken. Nein. Hahaha. Was für ein Apostel ist das? Habe ich schon sogar aufgeschrieben, um das mal zu zitieren, ob das war, kann ich jetzt gerade ja nicht sagen. Du hast dir das Wort Nein aufgeschrieben, um es zu zitieren? Nein, den Apostel, wo es extra vorkommt, ja. Wobei das da noch bedeutet. Beschissenes Buch, aber es ist witzig. Ich mag das nicht, dass es übrigens in diesem Buch keine Bilder gibt. Ja, von einer Zombie-Horde in die nächste, ist okay. Hallo. Hallo, Hilfe. Nein. Ich sterbe jetzt. Ich auch. Oh, in der Kiste. Oh, ne. Oh, ne. Ich bin tot. Ja, Sekunde, ich habe hier eine Kiste, die öffne ich kurz. Und dann hole ich dich. Jaaaa! Jaaaa! 25! Oh, Junge, Alde. Ja, Zeit hier noch. Zeit hier noch. Alter, warum bist du so weit weg? Wird vielleicht noch eng werden. Pfff! Pfff! Alter. Jaaaa! Zombie, halt mich halt fest, ist okay. Äh... Warum bist du so weit weg? Äh... Ehm, 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 tot. Oh Gott, ey. Ist das so warm hier, Alter? Bin ich das, oder? Nein, ich bin das. Sorry. Woah. Ja, ich spawn fünf Millionen Kilometer weit weg, ist okay. Äh... Ja. Ach so, ich kann meine Waffen nicht aussuchen, weil ich in der Quarantäne-Zone bin. Ich habe gerade gedacht, alles wäre weggebackt, Alter. Hätte ich wenig gekotzt, ey. Ich bin jetzt schon geflogen. Hahaha. I'm coming. Down the way, I'm coming. I can sing, I'm coming. Ich kenn den Text nicht, I'm coming. Ja, das ist natürlich die Stelle mit, äh, ich komme, kennst du das bisschen klar. Ja, natürlich. Das, äh, praktiziere ich der Regel nicht selbst, was? Ähm. Ähm. Oh Gott, ey. Ja, da bin ich gar nicht mehrfach gestorben. Ne, einmal nur. Aber das hat sich angefangen, nicht mehrfach. Ja. Ja. Äh. Alter, bist du da? Äh. 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 die fresse ich hab den sandwich gemacht war marmeladen sandwich ne die mir das ich will halt brennen ist egal moderne kunst so ja wir gehen jetzt rein machen das ding nehme ich noch mit ich glaube dann würde ich bevor heute gerne schluss machen werden sie alle katastrophen pakete okay das können wir doch schon so was ja hallo don't dead open inside scheiße der verfluchte schalter ist kaputt schloss knacken einfach ja glaubt dass es einfach ist wenn da so viele zoll hinter sind alles klar hallo ne 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 wow ich bin tot nein 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 ach nee okay ah wait i have a special little friend for you i have a special little friend for you schloss knacken schwer schloss knacken schwer ja geil Was ist das für eine Mucke jetzt? Weiß ich nicht Wow Das ist eine echt kriebige Mucke Oh ja Aber ich weiß, dass ich mir den Soundtrack runterladen werde, Alter, komplett Den gebe ich mir vom Einschlafen, ey Ich kriege es aber auch schöne Träume bei so einer Musik Ja Okay, in den einen Raum kommen wir nicht, ne? Keine Ahnung, ich bin gerade erst mit dem Kette mal aufbauen Okay, hier können wir nichts machen, oder? Nein Ich komme mal da rein Okay, also ich glaube, zwischen diese Zwischendecke passen wir nicht Wow, man kann einfach drüber klettern Wie man kann da rüberklettern? Ja Sitter, Loot-Sachen Ein paar Kleinigkeiten So Soll man dann hier ausmachen für heute? Würde jetzt den perfekten Schnitt ergeben Dann, äh, machen wir das jetzt mal Sehr gut Dann, äh, danke fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Trotz Loot-Orgie Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.